was geht meine freunde willkommen zurück zu mensch ich will mal payday sagen aber das stimmt ja nicht davon kommen auch neue videos noch gar kein gar keine frage der rimm ja erinnert scrolls fündig updaten upgrade oder so schätze ich mal glaube ich ja wir brauchen einen neuen bogen definitiv wir müssen irgendeinem scheiß waffen laden ach ja stimmt wir sollen ja diesen drachen töten du siehst wieder sexy aus kapi was kann ich verzaubern entzaubern jeder damit mache ich es ja schlechter ach seelensteine brauchen wir ok geld wo kriegen wir die hier ne 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 verteidige das ding ist halt solche zauberträger sind zwar gut und so aber ich werde in dem fall vergessen dass ich die habe deswegen werde ich die gar nicht benutzen also mitnehmen weil ich das sowieso vergessen werde dass ich die habe das ist das blöde ausdauer ich werde das hat alles vergessen zu benutzen deswegen ich war das ja nicht mit absicht ich vergesse die absicht aber ich check das ich ja was wollen die alle mit ihrem dolch weil der klinge ist das ein zauberbuch na super das war ein dicker beutel so kann losgehen ne warte mal warte uh ich kann einfach geld nehmen ja ich darf wir haben zimmer und essen auch getränke ich koche mir gibt es nicht zu sagen ich darf das einfach nehmen ne check dir das aber gehe ich einmal nach vorne hin und ich klaue was ne oh das ist ja gar nicht ne ich kann das nehmen ich darf ich darf die buch klauen ne ok ne dann lassen wir uns nicht nehmen ne ich darf das einfach so random mitnehmen ne let's go chill ich bezahle doch nicht einfach wenn ich das nehmen kann ich nehme das auch nur mit falls ich ich werde das zuerst benutzen und erst danach die zaubertränke weil die sind oder gehen relativ schnell leer oh ne 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 ich brauche kein zimmer mir geht es super mir geht es prächtig scheiße wir müssen oh update ich vergesse das wir müssen wir brauchen unbedingt neue waffen alter eine einhändige waffe und ein super schild und ein geiler bogen separat noch geile äh eile und wir sind super clean ausgerüstet wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen ganz wie ihr wollt wie du haust jetzt ab ja hallo chill 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 madame brauche ich brauche ich wir gehen deine mutter da geh ich nicht zu fuß hoch mach das mal alleine tschüss wir kommen wir gehen wir gehen und zwar von update ich mach das nicht nein mal ich mach das aus einem grund nicht weil ich dort verkackt habe ach das kann ich stehlen hast du waffen ja 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 beides ich verkauf dir erstmal meine scheiße von mir ne brauche ich brauche ich brauche ich ach toll ich hab mir keine scheiße wir gucken nach einem bogen ah die sind feilodiger die sind fett schadenacht wir gucken erstmal nach ok meine hat 10 das heißt er muss drüber sein er muss sieh da an zwei händen aus ne Mensch das steht nie dran eine hand zwei händen steht da nicht dran das find ich scheiße toll na das hat sich ja eh lohnt hallo oh 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 sorry danke aber nein ich muss meine scheiße loswerden oh wieder update dinger eh ich mach jetzt ihr könnt upgraden also hoch na die stufe sag ich doch magiker gesundheit gesundheit wir kratzen relativ oft ab ist wirklich so leider ja wir lassen es erstmal das flusswald handelskontor hat alles was man sich von ja 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 oh etwas hiervon etwas hiervon etwas davon wir werden nicht lange labern ne wir gehen da gleich hoch also gar kein Thema ich will nur ein bisschen ähm Müll verkaufen die muss ich immer noch aufsetzen boah der sieht scheiß aus boah wundern zauber 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 meine fresse wer kommt hier hin und kauft sich ne besen die dritte ich brauch die die dritte digger ich brauch sie seelstein leg mich am arsch 400 hast du nicht günstiger ich will gucken ob das funktioniert ne ähm günstig nicht teuer na das sieht doch schön aus nehmen wir mal zwei mit und dann werden wir die mal gleich ausprobieren funktioniert das nicht breche ich in der lade an und klaue alles Bücher Zauberbuch steigert die ressourcen zauberin ost bis haben weil hell sehen aber glaube ich nicht leichter schutz aber nicht rasieren rasier zombie erwecken das ist geil das ist geil die kämpfe dann für dich aber die sehr schwachen ich glaube ich weiß nicht Zaubertraining aus egal wie viel alter als maul ich mache sich pleite wenn ich will zwischen ich gehe ohne angel jetzt das ding ist das sind alles einhändige waffen aber die sind krank schlecht ja die sind schwach dinge schaden 2 wer kauft denn mit den holz schwert der ist brutal den neber den neber den neber wir tauschen den 1d nehmen wir das ist echt ein ordentlicher klopper das ist wumselle wenn du den abkriegst der haut dir die fresse weg du machst da nicht mehr auf irgendwas vergessen als geht das schleichen silberneider nicht ich kann nicht verkaufen wir müssen beim jubiläer gesagt okay wo sind bücher hier kurzfristig für das reise nach solstein da war scheinbar nur nicht erlernt 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 das ist geil soll jetzt kommen wir haben drei neue zauberbücher das heißt drei neue kore verbale wir haben flammen funken heilung haben wir hellsinn haben wir noch nichts zeigt den weg zum gegenwärtigen ziel und ihr seht meine maus nicht schön da steht stufe novice man kann das upgrade das richtig geil kampfschrei die ziele fliegen haben wir leichter schutz erhöht die gerüstung raserei kreaturen personen bis stufe 6 greifen 60 sekunden lang jeden in der nähe an das ist geil so kannst du nämlich fette trolle oder so auf andere wirken oder so ich weiß nicht denke ich glaube scheiße wirbelwind ist geil ja 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 geh mir nicht auf den sack nervt deine frau nicht mich wir gehen jetzt kommt euch diesen wumms an alter scheiße zwei ziele nicht war nein hallo was soll ich jetzt machen reise nach dingsbumsen ein finde den drachen und bringe hornen es bringt jetzt mal dieses kackhorn da weg alle ja da mitsch deswegen weil falls ihr lange mal habt checkt am besten jede stadtauslager reise an ihr das lohnt sich definitiv weil du kannst dich hin teleportieren von a nach b bis c nach z und so weiter und so vor dir was bescheid ist ja jetzt was dann nein scheiße naja gut wir brauchen mehr parade sagen wir noch ein schrei das war noch geil ich glaube ein kannst du noch in so einer höhle erlernen weil ich richtig gewiert gewesen hätte alle stelle ich mal ja neues wort lernen kommt das los kommen hatten nicht vertreten ja mann die s was so viel bedeutet stoß das heißt ich kann jemand wegstoßen oder so wenn alle drei wörter kombiniert werden ist überschrei viel mächtig das ist gerne man kann wirklich alle drei schreie kombinieren und wir haben noch nicht mal ansatzweise die hälfte von der ganzen magier scheiße gelernt ne das kann noch krasser werden wenn ihr alles auf maximal gepimpt hat digger ihr seid unsterblich und ohne scheiße ihr seid unsterblich und wenn er sich verkackt es ist das drei schrei digger was der stimme ist unverzüglich in den gestürzt alles von jedem zur seite der sie im weg steht das geil kraft gleichgewicht drücken der stelle ich das stelle ich stehe fest und nein Katzen aber siehst du überhaupt was What the f- Geh mal weg! Haben wir was? Maram, geh weg! Ich weiß nicht, was mit dir passiert. Alter Junge! Oh nein, 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 nein. Ja, schön. Und jetzt? Okay, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und bist unbeschadet überstanden. Hoch-Rotgar steht euch nun offen. Sie hat's auch überlebt. Halt die Fresse! Okay, und jetzt? Ich werd's mal ausprobieren. Frust, Bruder! Ho, ho, ho! Sorry, Bruder, ne, aber... Alter! Das ist fett. Wie, das war's jetzt, ja? Das war's. Möge der Wind euch leiden. Ach ja, ich bin fertig. Möge der Himmel euch leiden. Bin ich wirklich fertig, ja? Jo. Das war's. Nächste Mission findet den Drachenfriedhof. Will ich nicht. So, ich will's nicht. Ich will's nicht. Oh. Wie ist der auch hier drin? Ja, du Scheiße! Oh nein! Das ist mich verarscht. Wir haben das nicht entdeckt. Gut. Wir sehen uns, wenn ich dort bin. 3 Uhr 28 nachts. So. Für euch hat's ein paar Sekunden. Der hat für mich eine gefüllte Stunde. Spaß. Ähm. Ich hab mal neulichs herausgefunden. Ich hab grad einen Jumpscare von einem Bär bekommen. Oder einen Säbelzahntiger. So rumgesagt. Der sitzt da hinten irgendwo noch im Fluss. Ist halbtot, ne? Alter Junge, der kam aus der Nichts. Der hat mich ein bisschen schocken. Hier hinten ist irgendwo so ein Troll oder so. Keine Ahnung, wie sind wir jetzt da? Ich hab da noch eine Gang auseinandergenommen. Da hab ich ein Haus. Geplündert. Zwei Häuser. War wahrscheinlich so ne Alki Family oder so. Das eine Haus voll mit Alkohol und so. Ähm. Komplett leer. Gab wirklich nichts. Und das andere war nur halt die Frau alleine fertig. Also hab ich so... Ausgeschaltet. Weil sie... Weil es waren keine Wachen in der Nähe, Digga. Niemand. Geh mal weg. Nein. Da solltet ihr nicht hochgehen. Nein. Da solltet ihr nicht hochgehen. Nein. Uh. Nein. Uh. Uh. Ich weiß nicht genau. Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Dritt. Ja, ja, ja. Komm, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Uh. Vielleicht zu spät. Sechs so aus, Alter. Was musst du dir für eins sagen? Ich brauche... Null Knarren. Ja. Ne AK-47 oder ne MP5, Digga. Ne, wird man sie genauso aus wie... Ach, iiii. Lass wir rausgehen. Was soll ich machen? Scheiße. Die Drachen töten. Ne, oder? Ne. Das ist meine Mission. Wenn ich den Drachen früh trufe. Ach so, den soll ich da suchen. Ne, super. Madame, können Sie bitte warten? Jo, wala, bitte. Hab nur als... Waffendingsbums. Also, ich hab so'n blödes Gefühl, dass ich gleich mit dem Vieh da fighten soll. Ja, als bloß'n Gefühl, du wirst. Also... Maul. Ach. Und dieses Symbol, auf dem wir grad zulaufen, sieht nicht sehr freundlich aus. Ola, wie... Wo bist du langgegangen, Mädel? Kannst du mal chillen? Was? Genauso wie in... Wenn du einkaufen gehst, Digga. Fragst du irgendeine Frau, wo was liegt, ne? Digga, die legt einen Sprint hin, Alter. Ich weiß nicht, ob die Zeitdruck haben oder so. Ich weiß es nicht. Oh, hi! Du wirst nicht jetzt Feind markiert. Das ist geil. Kann so bleiben, Digga. Hast du Bock, mein Hofstil zu werden? Nicht angreifen, nicht angre... Wollah, ich erschreck mich jedes Mal, Digga. Was ist das denn? Ihhh, was bist du? Hallo. Ich kann nichts mit dir machen. Hallo. Ich möchte... Warte... Wir sind Freunde. Seht doch mal still. Hier, komm. Komm, Körperkontakt. Töte die Dach und... Abgeschlossen. Warum? Warum sich die töten? Töte ich den Dern, Salukin. Warum? Ist das optional? Muss ich, oder? Warum? Ich alleine soll jetzt gegen den Drachen kämpfen. Gegen zwei sogar. Oh. Huh. Du hast angegriffen. Bist du dumm? Ich habe dir nicht diesen Befehl gegeben. Heilige Scheiße. Na dann, viel Glück. Ohne mich. Spaß. Ui. Ich brauche neue Drachen. Scheiße. Oh, du Hund. Oh, Mensch. So. Digga. Wo ist der andere hin? Warte mal. Wo bist du denn? Oh, hi. Oh, nein. Kannst du bitte Hilfe mit mir hin machen? Ich bin ja gleich tot. Also habe ich so ein Gefühl. Hab dich berührt, du. Du, ich hab dich berührt, alter. Ey. Komm, Beifuß. Komm. Komm. Oh, der ist auf die Fosse gefallen. Bist du gerade wirklich aufs Maul geflogen, Digga? Wie ist denn das? Nee, wird's nicht. Oh, Digga, mir. Diese Finisher-Moose sind so geil. Ja, 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 ja. Ich darf schon... Aua. Ich weiß, dass ich gleich tot bin, aber... Nein, wehe. Oh, Digga. Nehmen wir mit. 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 Und... Warum hat dein Drache Gold? Nehmen wir, nehmen wir... Oh. Komm, jetzt kommt. Neuer Finisher-Move. Ich brauche einen Finisher. Komm, gib mir, gib mir die Kraft. Gib mir. Gib, lass. Komm. Yeah. Ich habe die Macht. Da guckst du dir, wa? Ja, bist du zufrieden? Ja. Das sieht auch so. Noch was? Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nein, 10.000 Gold. Oder in der Villa. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Dann sprich. Wozu? Mensch. Wenn ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Von dir will ich nichts wissen. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Das hat sich gerade mies rassistisch angehört. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöte. Vor langer, langer Zeit. Den größten Drachentöte. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich kann nicht, ich kann nicht. Schön. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Wen? Achso, ich habe zugehört. Wirklich? Wo? Was? Wie, wo? Was ist denn jetzt gedrückt? Oh nein, jetzt muss ich kommunizieren. Das weiß ich doch nicht, Digga. Geh mir nicht auf den Sack. Das ist schön. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss da weiter einstellen. Warte mal, hier? Was sind denn das für Symbole? Ach, der geht jetzt bloß da her. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Ich kann nicht, dass ich irgendwie skippen, Alter. Vor dem Großen, unser Großen, also bekämpfen wir sie im Verborgen. Ja, doch kann ich. Gut. Boah. Boah. Genau, 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 was soll ich jetzt machen? Meine Neck trifft den Film im Flusswald. Gut, das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Abonniert meinen Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Das war's mir, der Video. Tschö. Mit. Öh. Unicorn Zombie Apocalypse.